Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und heute gibt's eine Sondersendung zum Thema GTA 5. Meine Konsole wurde gesperrt. Oh mein Gott! So, und jetzt erstmal, erste Meldung von mir zu solchen Themen immer, just relax. Ja, also bei sowas müsst ihr immer relativ relax sein. Ich habe das schon bereits in der letzten Woche mehrfach erwähnt, dass man, wenn man GTA 5 vor dem Release offiziell gekauft haben sollte. Ja, also ich rede jetzt nicht von den Raubkopierern, die gerade zugucken, die das Teil irgendwo downgeloadet haben und auf einem Zauberlaufwerk der Xbox 360 spielen. Von diesen Leuten rede ich im Moment gar nicht, sondern wenn ihr ganz normal irgendwo in ein Geschäft gegangen seid. Es ging ja so gestern so ein bisschen die Runde, dass das zum Beispiel Müller in der einen oder anderen Stadt etwas früher rausgegeben hat. Da kursierten schon etliche Fotos von auf Facebook und dann haben sich darüber echt eine Menge, Menge Leute aufgeregt, was ich wiederum nicht verstehen kann. Ja, also da finde ich, da sollte man nicht so kleinkariert sein, sondern sagen, ey Leute, okay, wenn du es hast, dann zock es halt und viel Spaß bei. Ich freue mich halt drauf, dass ich es an einem anderen Tag spielen kann. Ja, grundsätzlich geisterten dann aber eine Menge Gerüchte durch die Facebook-Community und sogar einige News-Seiten sind darauf angesprungen, dass die gesagt haben, seid vorsichtig, Take-Two lässt über Microsoft und Sony eure Konsole bannen. So, und das ist jetzt nach dieser dramatischen Pause, ja, nach meiner Meinung absoluter Quatsch. Denn es gibt nicht die geringste rechtliche Grundlage für den Bann eurer Konsole, solltet ihr ein Spiel vor dem Release spielen. Ja, da kann Rockstar jetzt so viel im Kreis hüpfen, wie sie möchten, das geht irgendwie einfach gar nicht. Und dann kamen Leute zu mir, die haben gesagt, ja, sogar Spieletipps, schreibt davon und so und wenn da schon so große News-Seiten berichten. Und auch da, just relax, auch Spieletipps ist ganz einfach eine Webseite, die Klicks möchte, genauso wie ich jetzt mit diesem Video natürlich auch versuche, eure Aufmerksamkeit zu erreichen. Und die haben halt geschrieben, dass Rockstars auf die zahlreichen Videos und Berichte der Spieler aufmerksam wurden und als Konsequenz gegen den Vorverkauf des Titels vorgeht. So, dann schreiben die hier weiter. Wer bereits im Besitz von GTA 5 ist, sollte aber vorsichtig sein. Einige frühen Käufer, das für ein Satz, berichten von Sperrung ihres Accounts durch die Konsolenhersteller. Äh, jedoch waren weder Microsoft noch Sony für eine Stellungnahme zu erreichen, daher sind diese Berichte mit Vorsicht zu genießen. Das bedeutet, Spieletipps hat darüber berichtet, aber sie sagen auch Dreck, das haben irgendwelche Leute erzählt und das sollte man mit Vorsicht genießen. Das bedeutet, just relax. Ähm, das ist jetzt mal meine persönliche Meinung zu dem Thema. Also erstmal wird Microsoft und Sony sich wohl kaum dafür hergeben, für irgendeinen Publisher so den Handlanger zu spielen und irgendwelche Konsolen zu bannen und damit den Kunden, den Käufer, den zukünftigen Käufer einer Konsole, den PSN-Besitzer, äh, Playstation Plus-Besitzer, Xbox Live Gold-Besitzer zu verärgern. Nur weil er vielleicht in einen Laden gegangen ist, dort gesehen hat, da steht das Spiel, er kauft das rechtmäßig und geht damit nach Hause. Da passiert überhaupt nichts. Es gibt meines Erachtens keinen einzigen echten bestätigten Fall innerhalb der letzten Jahre. Ja, also jetzt nicht von GTA 5, sondern innerhalb der letzten Jahre, wo überhaupt jemals eine Konsole gebannt wurde, weil man ein Spiel früher gespielt hat. So, das Einzige, was gebannt werden kann, Achtung, bitte zuhören, das hat aber nichts mit dem Zocken zu tun, das ist, wenn ihr GTA 5 Gameplay aufnehmt und das vor Dienstag, also dem offiziellen Release-Datum, auf YouTube hochladet, das macht bitte nicht. Denn, äh, darauf hat Rockstar wirklich Zugriff, beziehungsweise eigentlich auch auf Screenshots auf Facebook, aber ich glaube, bei Screenshots, äh, ist es mal noch halb so wild, aber würde ich an eurer Stelle vielleicht auch sein lassen, wenn ihr da nicht irgendwie, oder wenn ihr auf der ganz sicheren Seite sein wollt. Was definitiv nicht geht, ist der Upload auf YouTube, denn Rockstar besitzt alle Rechte an ihren, ähm, ja, an ihrem Spielmaterial. Das bedeutet, wenn ihr ein Video dazu macht, selbst wenn ihr das Spiel ganz normal gekauft habt, dann gehört das, ähm, vom Copyright her einfach Rockstar. Das heißt, Rockstar kann, ähm, auf YouTube hergehen und diese Videos rausfiltern lassen und das geht mit, ähm, so Filteralgorithmen von YouTube wirklich relativ gut. Ja, also die suchen halt nach den Titeln, ähm, Grand Theft Auto, GTA 5 und so weiter und so fort. Die sind aber auch in der Lage, das Bildmaterial checken zu lassen, ja, das läuft durch so automatische Systeme, da geht keiner her und klickt Videos an. Das wäre ja noch schöner. Und, ähm, also das geht, da kann Rockstar sagen, ey, der benutzt unser Spiel vor dem Release, das ist nicht erlaubt und dafür gibt's auf das Video und nur auf das Video einen Bann. Das bedeutet, das Video wird von YouTube verbannt, dass man das nicht mehr sehen kann. Und, ähm, schlechtestenfalls gibt's für so ein gebanntes Video einen Strike. Und Strike ist jetzt, ähm, was relativ schlecht ist, denn wenn euer YouTube-Kanal nicht eins, nicht zwei, sondern drei Strikes bekommt man. Nehmen wir mal an, ihr ladet drei GTA 5 Videos hoch und ihr bekommt womöglich, das muss nicht sein, kann aber sein, ihr bekommt womöglich für jedes Video einen Strike, dann habt ihr nach eins, zwei, drei Strikes keinen YouTube-Kanal mehr. Ja, der wird wirklich einfach gelöscht und der kommt auch nicht mehr wieder, ja, der ist dann einfach weg. Wenn ihr nicht gerade Gronkh seid, der dann, äh, mit YouTube vielleicht irgendwie verhandeln kann, schwöre ich euch, auch bei 10, 20.000 Abonnenten ist der Kanal einfach weg. Daher bitte kein GTA 5 Gameplay-Full-Release hochladen, das könnte wirklich euer Schaden sein. Ich weiß, es sind immer wieder Videos oben und, ähm, auch, auch die werden vermutlich nach und nach gelöscht. Also da ist das Risiko wirklich vorhanden. Wenn ihr einen Zweitkanal habt oder so, das probieren wollt, macht das von mir aus, ist ja nicht mein Problem. Aber, ähm, dass eine Konsole gebannt wird, ist wirklich meines Erachtens überhaupt nicht der Fall. Also ihr könnt ganz normal vorab spielen. Und wenn ihr zu dem besonders Ängstlichen gehört, dann zieht ihr halt hinten den Internetstecker raus. Dann könnt ihr natürlich nicht mehr so schön vor euren Freunden prahlen, dass ihr gerade die neuen Trophys gewonnen habt oder die Achievements freigeschaltet habt auf der Xbox 360 innerhalb von GTA 5. Aber ihr könnt ganz gemütlich zocken, ohne dass überhaupt jemand Zugriff auf eure Konsole hat. Dann kam wieder so eine Aussage wie so, ja, die können aber sehen, wann ich das das erste Mal eingelegt habe. Oh mein Gott! Und ja, was denn? Da passiert nix. Da passiert ganz einfach gar nichts. Also, ähm, ich kenne keinen bestätigten Fall von, ähm, von Bann, von Sperre, von sonst irgendwas. Ich habe jetzt mittlerweile mindestens 100 Leute, ähm, auf Facebook oder auf YouTube, die mir geschrieben haben, ey, ich hab's seit Freitag, ähm, Amazon hat es Samstag geliefert, anstatt Montag erst und so weiter und so. Und die zocken, schwöre ich euch, alle. Jetzt können wir natürlich alle furchtbar sauer sein, weil ich zock's auch nicht auf diese Leute. Aber diese Leute, um die geht's mir halt, äh, die können sich ganz sicher sein. Denn es gibt keinen Bann für euch. So, ähm, das war's von mir. Das Wort zum Sonntag. Am, äh, übermorgen hat sich dieses Video so oder so erledigt, weil dann der offizielle, äh, Verkaufsstart war. Und, ähm, so. Ich würde sagen, ich lasse euch mit diesem Video allein. Ich hoffe, ich konnte euch ein ganz klein bisschen beruhigen. GTA 5 problemlos spielen, wenn ihr schon haben solltet, wenn es eine gekaufte Version ist. Aber bitte kein GTA 5 Gameplay hochladen, das könnte halt Ärger geben. So, ich bin jetzt hier raus. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.